Was geht ab? Wir sind wieder back wie ein unzustellbarer Brief. Heute mal wieder mit einer Moräne am Start. Glenmory eine Special Abfüllung mal wieder. Absolut. Die letzte kam ja schon extrem gut an. Hier oben noch mal kurz eingeblendet. Limited Release 1788 Bottles gibt es von dem Shit. Wir haben hier einen 15-jährigen Glenmory, 12 Jahre in einem Bourbonfass, in einem Ex-Bourbonfass gelagert ist und dann drei Jahre gefinisht wurde in einem Rum Acrygöl. Der Eigentümer von Glenmory ist La Martiniquese und die sind unter anderem auch Eigentümer von einigen Rum Distillen. Zum Beispiel Depaz auf der Insel Martinique und genau von dieser Brennerei haben wir auch diese Rumfässer. Wir haben 46,3 Volumenprozente. Nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert. Das sind grundsätzlich schon mal geile Fakten. Preislich liegen wir bei ca. 80 Euro. Auch das ist eigentlich okay. Das ist auch nice. 15 Jahre. Das kann man ahnen. Muss man auch. Muss man auch. Muss man auch müssen. Endlich mal den Flimmerkasten auf den Tisch stellen. So sieht es natürlich aus. Weil es ist extrem sehenswert. Glenmory 1897 gegründet. Ursprünglich war es mal eine Brauerei, was dann zu einer Brennerei umgebaut wurde. Auf jeden Fall die bessere Entscheidung. Absolut. Nice. Mittlerweile brennt sie ja über 3 Millionen Liter. Ja, tatsächlich sogar bis zu 5,7 Millionen. Genau. Und das ist einfach immer die Brennerei, die für Einsteiger ziemlich zu empfehlen ist, weil sie ganz günstige Whiskys haben. Diese preiswerten Whiskys, die gehen eigentlich durch die ganze Reihe hinweg durch, finde ich. Weil jetzt auch hier, wie gesagt, 80 Euro für einen 15-jährigen Special Release ist heutzutage ahnbar. Und dann ist es dieses Rumfass, das so auch was Besonderes ist. Auch das ist jetzt nicht ein Rum, der gehört nicht zu den Standard-Rums, sondern ist eine besondere Form des Rums. Grundsätzlich bin ich eigentlich auch Fan von Rum-Finishers. Es gibt so viele unterschiedliche Rum-Sorten und bislang hat er noch keinen Sinn enttäuscht. Deswegen bei der hellen Farbe denkt man jetzt nicht an Rum, aber schaut sich mal an den Whisky-Porn. Dann nutzen wir den Abba-Halo. Ja, pure Zuckerwarte erstmal und so. Cremige Zuckerwarte, aber keine Ahnung, ob es das gibt, aber ich finde ihn extrem cremig. Weißt, was du meinst? So Karamell-Bonbons. Ich finde Banane. Also über einen Touch ist so, als ob das Birkenfass erstmal stark im Vordergrund steht. Und du weißt, irgendwas läuft mit. Das ist so eine matschige Süße und sowas. Ja, so matschige Banane passt noch besser an mich. Ja, genau. Am Anfang hatte ich tatsächlich gut den Alkohol in der Nase, das ist aber doch ein bisschen besser. Da bringt mir jetzt keine krasse Komplexität dran. Also er hat zwei, drei die genannten Noten sehr intensiv. Genau. Also die matschige Bananen oder die Bananen-Chips auch. Ja, genau. Aber matschige Bananen-Chips sind schon glaube ich auch echt eklig. Was mir noch so ein bisschen fehlt, ist so ein bisschen die exotische Seite mit so exotischen Früchten. Ich habe so einen leichten Juicy Fruit Kaugummi Touch, aber jetzt vielleicht einen alten halt. Wie auch so ein Big Red Kaugummi, glaube ich. Tschö, ich bin die Marzt. Ich meine zum Arzt. Du kommst schon auf Big Red? Noch so einen Spruch kochen, Alter? Nee, Juicy Fruit ist schon ganz gut. Um noch mehr Noten rauszufinden würde ich jetzt auch gerne sippen. Ja, sehr gerne. Weil ich denke, da darf noch was kommen. Ja. Smongé. Smongé. Interessant. Mhm. Aber ich finde das nicht ganz so süßlich wie die Nase. Ich habe vor allem, was ich auch in der Nase gerade hatte, so einen Eichen-Touch oder so. Ja. Bisschen holzig, das kommt. Genau. Ich finde auch Holz. Das habe ich jetzt im Mund eigentlich ziemlich im Vordergrund. Ja, Holz und Getreide auch. Ja, genau. Diese Bananen-Chips erstmal wieder finde ich voll. Ein Schluckstatt erstmal wieder. Banane mit Schale gegessen. Ich finde aber auch den Alkohol entspannter als in der Nase. Tatsächlich im Mund. Echt? Ich habe es genau anders rum. Mir brennt er gerade im Mund ein bisschen. Ich muss jetzt gleich einen zweiten Tipp nehmen. Aber was kommt da im Abgang? Feige. Auf jeden Fall. Als hätte ich auf den grünen Trauben keinen gewissen. Ja. Aber auf den ganz grünen. Ja. Weil sowas Bitteres, der ist, finde ich extrem bitter im Abgang. Ansonsten schließe ich mich. Ich habe jetzt gleich nochmal einen zweiten Schluck hinterher genommen, weil ich ein ähnliches Gefühl hatte wie du. Der hat extrem, extrem Power gegeben. Und ich musste dann erstmal das Gefühl, okay, jetzt muss ich dann nochmal nachtrinken, um wirklich was zu schmecken. Aber ich schließe mich da euren bisherigen Noten ziemlich an. Banane gehe ich noch voll mit auf jeden Fall. Auf jeden Fall drin. Und Zuckerwarte, finde ich. Mir gefällt es, dass er im Mund tatsächlich so ein bisschen getreidiger und holziger ist als in der Nase. So ein Zuckerrohr ein bisschen hat er im Mund. Zuckerrohr, schöne Eiche ein bisschen. Glenmory ist ja grundsätzlich auch bekannt natürlich für extreme Weinfinishes und Rum und was es so alles gibt. Glenmory, Glenmorangie sind da so die Vorreiter. Ja. Also ich finde schon, dass die Nase was anderes vorgegeben hat. Und das wesentlich herber im Geschmack rüberkommt. Also ich habe ihn von der Nase weicher und ja. Die verrät nicht so viel. Gerade diese Bananen, die wir in der Nase haben, die hat man schon noch im Geschmack, aber im Geschmack kommt ja viel mehr raus. Ja. Ich finde die Banane zum Beispiel, wir hatten in der Nase diese matschige, süße Banane. Im Geschmack habe ich eher diese ein bisschen zu grüne, bittere Banane. Absolut. Und dann kommt so ein Weizen noch da, also so Getreide noch dazu, die Holzigkeit noch dazu. Und das macht alles ein bisschen robuster. Ja perfekt. Geh ich mit. Ich bin auch grundsätzlich so am überlegen, finde ich ihn jetzt richtig gut oder? Ja. Also er schmeckt mir auf jeden Fall. Ja. Aber wirklich hätte ich jetzt Bock auf den abends. Also so ab und zu schon mal. Aber ich glaube es ist jetzt nicht so der Whisky, den ich jetzt gerne jeden Tag hätte. Also es ist jetzt, naja ich finde vor allem, es ist jetzt nicht der, wo du für das Geld, was du ausgegeben hast, rausgefunden hast, dass es ein Jahrhundertdenger ist. Ja. Aber es ist jetzt auch nicht der, der für den Preis enttäuscht. Genau. Also genau auf jeden Fall. Also Preis passt schon. Perfekt. Ja. Aber so der eigene Geschmack, ja trifft vielleicht nicht ganz so einfach. Ich finde ihn schon gar nicht schlecht. Ich finde, der Single, also den Ein-Single-Cast, den wir hatten, PX von Glenmory, der hat für seinen Preis noch wesentlich mehr geliefert, als der für seinen Preis. Stimmt dazu. Und ich vergleiche nicht den Glenmory jetzt mit dem, sondern wirklich beide mit ihrem jeweiligen Preis. Und da fand ich den anderen, der hat, war auch was Besonderes, hat so viel mehr noch geliefert, als der. Aber es ist ein interessanter Whisky. Aber ich glaube ähnlich wie du, ich würde ihn abends nicht auch... Aber interessant ist halt einfach, weil man hat halt nicht so oft die Möglichkeit irgendwie auf einen Rum-Finish auch und ein bezahlbares, gutes Rum-Finish. Dann nach 15 Jahre, also von den Eckdaten her ist es preislich schon ansprechend. Genau. Und man wird auch nicht enttäuscht, wenn man ihn kauft. Also mir gefällt er richtig gut, geschmacklich. Ihr könntet das auch mal in die Kommentare hauen. Egal was, oder? Ja, haut in die Kommentare. Eigentlich egal. Und checkt die Flaschenteilung aus. Genau. Wiederschauen. Ja. Der hat schon beim ersten Mal ganz anders geschmeckt, als ich ihn gesippt habe. Ich habe ihn auch anders in Erinnerung, auf der Messe, als du mich kurz probierst hast lassen. Aber hier haben wir den gesippt. Ja. Da hatte ich da auch ein bisschen anders. Ich fand ihn fruchtiger. Fetz. Diese exotischen Früchte. Ja. Fruchtig war der nämlich immer. So richtig krass jetzt. Ja. Also ich habe keine Frucht gemacht. Ich habe nur eine Trauung gemacht. Also Getreidiger. Ja, genau. Vielleicht wird er nochmal. Ich glaube, da passiert schon nochmal einiges. Nein.